Hallo Leute, auch ich wurde nominiert zur Eisbacke Challenge von meiner Schwester. Vielen Dank auch. So, ich nominiere Franzi Trützler, Marvin Halliday und Lisa Bachmann. Ihr habt 24 Stunden Zeit. Ich werde mir jetzt diesen Eimer nehmen und es ist wirklich, es ist arschkalt. Es ist so, es ist arschkalt und ich werde mir den jetzt über den Kopf gießen. Ich glaube, ich habe eine Panne. Okay, lange Rede, kürzer Sinn. Ich verrate, bitte, oh Gott. Oh, ich werde mir jetzt 24 Stunden Zeit.